Es ist nicht wahr, dass ich meinen Rücktritt diese Woche ankündigen werde. Ich brauche Zeit dafür. Ich habe mit dem Trainer gesprochen und ihn gebeten, mir Zeit zu geben, um mir über meine Zukunft Gedanken zu machen. Ich werde das in aller Ruhe entscheiden. Ich fände es nicht angemessen, jetzt oder in einer Woche eine Entscheidung zu treffen. Mir tut es noch weh. Ich bin noch darüber aufgelöst, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich muss Urlaub machen und meine Gedanken ordnen, um mich dann zu entscheiden.